So, meine Lieben, dieses Video ist ein kleines Experiment, ob euch auch solche Alltagstools interessieren, die ich gerade so in meinem Alltag integriere und gerade gefunden habe, sozusagen. Das ist definitiv mein Open Source Projekt der Woche oder des Monats. Und es hat gerade mein Leben bereichert, also buchstäblich. Das Tolle ist, ja, was ist eigentlich mein Problem? Was ist eigentlich mein Issue? Ja, ich habe bisher eine, diese Tastatur hier, die G910 und die hat hier an den Seiten so verschiedene G-Tasten und oben auch übrigens. Und ich habe mir das soweit eingerichtet, Set Audio to Headset, damit ich quasi über meine Kopfhörertone empfange oder, dass ich über die Lautsprechertone empfange. Dann habe ich hier einen Tab zurück, einen Switch-Tab, also quasi, dass ich durch meine Tabs durchrotieren kann, einfach indem ich auf den kleinen Button hier drücke. Der hier ist nicht belegt, den benutze ich eigentlich selten und die beiden hier oben benutze ich auch irgendwie selten. Aber diese vier hier sind Lifesaving für mich, weil ich ständig von Kopfhörer auf Nicht-Kopfhörer, sprich auf Boxen switche und weil ich natürlich auch ständig die Tabs hier brauche. Jetzt war das Problem, Set Audio to Headset lässt sich bei Logitech super einfach einstellen. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ich kann hier einfach sagen, ey, Set Audio to Headset, boom, zu diesem Audio-Gerät wechseln, Pro X Wireless. Ich zeige euch das mal, so sieht das in der Soundbar bei Windows aus. Wenn ich hier draufklicke, instant auf den Kopfhörern gesetzt. Cool. Das Problem ist, die andere Richtung ist nicht so einfach machbar, denn ich kann hier bei Audio in diesem wunderschönen Interface von Logitech, kann ich nicht einstellen, dass zu diesem Audio-Ausgangwechsel kann ich nur die Kopfhörer einstellen, weil das das Einzige ist, was das Programm erkennt. Und das ist natürlich ein bisschen Pain. Das heißt, Switch to Speakers war für mich bisher immer so eine unmögliche Sache und ich brauche es halt sehr, sehr häufig. Sprich, irgendwann vor kurzem habe ich angefangen, permanent dieses Sound-Ding hier aufzuhaben und naja, ich habe gelitten, weil es ist einfach nicht mein Workflow. Deswegen habe ich das hier mir gerade rausgesucht und ich bin froh, dass ich mal gesucht habe. Ich glaube, viele tun das gar nicht und vielleicht kann ich das durch die Abo-Box ein bisschen verbessern. Das Tool hat schon einige Millionen Downloads und schon mehrere tausend Stars auf GitHub. Es ist ein Open-Source-Tool und man kann das alles hier komplett lesen. Das ist GPL 2.0. Das heißt, man kann das auch wirklich benutzen und auch genau angucken. Und was das im Endeffekt ist, ist super easy. Man kann hier einfach auf Download gehen, installiert das Ganze und bekommt dann das hier. Und hier drin kann ich quasi auswählen, zwischen welchen Audio-Ausgängen ich mit Alt-Control, also Alt-Steuerung und F11 hin und her switchen kann. Ich kann natürlich auch den Hotkey ausmachen. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach hergehen und ich zeige euch das mal. Steuerung, Alt, F11. So, jetzt wechselt das mir wieder auf die Boxen. Okay, dachte ich mir, das ist schon mal sehr, sehr geil. Aber das Bessere daran ist ja sogar noch, Mensch, ich kann das ja auch hier einstellen. Und dann habe ich Switch to Speakers, weil mein Finger ist einfach da schon mittlerweile dran gewöhnt, habe ich einfach Switch to Speakers ein kleines bisschen modifiziert. Komm, mach das weg. Und zwar, wenn ich das jetzt hier aufmache, ist das einfach Steuerung Alt F11 oder F11 Alt-Steuerung wieder loslassen sozusagen. Ich kann ja hier einfach ein Makro einstellen bei Logitech in der Software. Und dementsprechend, wenn ich jetzt auf meine G2-Taste drücke, sprich auf die hier oben, sieht das Ganze so aus. Ich kann hin und her wechseln. Und das ist genau das, was ich brauche. Auch wenn es einfach ist und auch wenn es dumm ist, aber ich habe nie danach gesucht. Es gibt aber noch ein Feature, was ich euch kurz vorstellen möchte. Und zwar, gelegentlich, auch wenn es sehr selten vorkommt, aber gelegentlich zocke ich über die VR-Brille, also sprich die Oculus Quest, hier sehen wir das, mit Steam verbunden. Sprich, ich zocke momentan immer noch Half-Life, Half-Life Alyx. Und es ist ein bisschen anstrengend, oder es ist nicht anstrengend, aber es nervt, wenn man halt dran denken muss, die Audio-Einstellung zu ändern. Ansonsten wundert man sich dann, wenn das Spiel gestartet ist, warum der Ton plötzlich aus den Boxen kommt oder den Kopfhörern. Und deswegen habe ich hier tatsächlich mal ein Profile erstellt. Das heißt, ich kann hier einfach hergehen und Add drücken und sobald ich hier, also quasi sage, wenn irgendwas passiert, dann ändere bitte mein Audio-Gerät auf Kopfhörer. Und dieses Etwas ist in meinem Fall, sobald innerhalb meines PCs der Name des Programms im Vordergrund den String Oculus enthält, bitte switche auf Kopfhörer Oculus Virtual Audio Device und gebt das Audio-Signal da drüber raus. Und wenn der Trigger, sprich wenn das Programm nicht mehr im Vordergrund ist, dann macht, dass es wieder aufhört. Und das kann man natürlich hier auch an- oder ausstellen, das ist auch sehr, sehr gut. Und ja, sieht dann im Endeffekt so aus. Ich zeige euch das mal hier, wir machen das hier mal hierher. Und wenn ich jetzt hier Oculus habe, dann sehen wir, ihr habt es ganz kurz gesehen, dass das Audio-Gerät hier, tada, das ist. Also wir haben es gewechselt und wenn ich das jetzt hier wieder zu mache, einmal wieder schließen, badum, gehen wir wieder auf die Boxen zurück. Und das ist Lifesaving für mich und ich dachte, ich muss das mit euch teilen. Ich weiß, das heißt kein wirkliches Informatik-Tutorial, aber ich habe sowieso eine Playlist zu Alltagsinformatik. Und ich dachte mir, Mensch, da kann auch mal wieder ein Video rein. Das ist eine kleine Empfehlung von meiner Seite, ein Open-Source-Tool, das, glaube ich, wirklich das Leben erleichtern kann mit diesem ganzen Zeug, was es hier hat. Okay, gebt mir gerne Feedback. Ich lasse das auch einfach mal jetzt heute mit dem anderen gleichzeitig rauskommen oder sowas. Einfach, ja, direkt straight raus und mal schauen, wie es bei euch ankommt. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.